Hinlanden. Warum willst du immer Hiltit? Warum? Bruder, für mich gibt es nichts anderes außer diese Map. Diese Map ist wie mein Zuhause. Ja, ist da. Deine Wohnung ist da? Lass mal hingehen, Bruder. Bisschen zum Essen oder so. Was gibt's heute zu essen bei dir? Lecker Kiste. Ey, sag mal, du hast Waffe, ich hab gar nichts. Was jetzt? Aha, aha. Bruder, ich schieße noch auf mich. Ja, das ist normal, Bruder. Das ist ein Waller. Ich hab keine Waffe, ne? Er sagt, komm mit. Ey, der gibt mir direkt Hipschöp, ich schieb dann weg. Hau den, du musst ihn nur zweimal hauen, Wunder. Du musst ihn zweimal hauen. Ey, ich hab nicht mal geschafft, einmal zu hauen, Bruder. Meine Fresse noch mal. Alex, hau den zweimal. Nein, Digga, das gibst du auch nicht, Lan. Alex, Alex, wüsste den, ja. Ich hab nicht mal geschafft, ihn einmal zu hauen. Walla, wir sind gefickt. Was machst du da, Bruder? Kopfstand oder was? Nein, nicht bis zuerst. Nimm doch... Ey, hat er ihn nicht gesehen, dein Cousin? Geh und hol mit dein Cousin! Tilted! So wieder Tilted! Nein, Mann, lass es doch hier hin, Snoopy, lo! Okay, letztes Mal Tilted hatte. Wir gewinnen jetzt Tilted, vom Tilted aus. Da trauen wir uns. Ich bin tot. Hallo? Du hast mein Leben gerettet. Ja, bitte, wer ist da? Ja, bitte, wer ist da? Ja, bitte, wer ist da? Jo, ähm, hier, Paco. Erzähl. Äh, hier, was spielt gerade? Nix, äh, ich fahr gerade Auto. Paco, wie Kills hast du? Äh, bis jetzt acht. Bis jetzt. Ich dachte weh. Hä? Warum sagst du? Du hast nur ne Kills sofort. Ach so, stimmt, Mann. Heftig. Ich dachte, ich hab acht Kills gemacht. Aber ich war, aber ich war mit dabei, Bruder. Ich hab auch paar Schüsse abgegeben. Dabei ist alles. Also, also kann ich sagen, ich hab acht. Also mit, mit acht. Wir haben viel mal da, ne? Ja. Es kommt bald wieder Hoch-Explosiv-Modus, aber mit Raketen, mit Jetpacks. Richtig geil. Boah, Bruder, das wird so Spaß machen, ne? Das feier ich. Ich feier auf jeden Fall Hoch-Explosiv-Modus ohne Ende. Ja, ja, bald wird Hoch-Explosiv wiederkommen, aber diesmal mit Jetpacks. Geil. Krass. Ich hab einfach nur Jetpacks. Wir müssen die nächste Zone. Ey, guck mal. Eigentlich, ich lande immer bei Shubi, ne? Bei Shubi Schuh. Aber die Zone, die ist immer Dings. Ich? Ich? Südkorea? Südkorea? Südkorea, Bruder. Snobby Schuh. Da ist einer. Da ist ein Gegner. Hier, die Fliegen ohne. Schau dir mal auf den Jumppads. Ah, wo ist der? Nein, Digga. Wir gewinnen jetzt, Tiltz. Von Tilted aus. Da trauen wir uns. Achja, stimmt. Ich hab ja die Leute gefragt, was sie sehen wollen für ein Video als nächstes. Das ist jetzt einfach nur ein Stream. Aber ich will demnächst wieder mal ein Video machen. Ein, kein Gamer Video, ein normales Video. Worauf habt ihr Bock? Auf nen Vlog? Auf nen Kochvideo? Auf nen Prank? Oder allgemein irgendwelche Sachen? Schreibt mal bitte rein in den Kommentaren, worauf ihr Bock habt. Und ähm... Da machen wir das. Da machen wir das. Oh, wie geil das jetzt aussieht wie so ein Laser-Land. Ja. Wie so ne Foodie-Packung, Alter. Wie so ne Süßigkeiten-Packung. Okay. Ich bin ganz oben auf dem Dach von Dings. Ich glaub, ich bin alleine hier, Bruder. Ja, ja. Ich bin alleine. Auf äh, Main-Gebäude. Ganz oben bin ich. Das werden wir auf jeden Fall episch in Sekunden. Sowieso. Wo ist der oben? Oh mein Gott, der hat mich. Du! Jawoll, du bist ja. Jawoll, du bist ja. Hier ist ein Problem. Assekte, lanah mein Akoim. Mann ey! Ich fick dieses Spiel! Ich löste ich fick dieses Spiel! Kein Bob mehr! Mach ich auf jeden Fall. Sucuk kochen. Sucuk. Was geht's? Mach ein Printflug an. Das ist okay. Ähm. Ich küsse den Eiern. Ja, viel Spaß dabei. Ich meinst du, nächste Runde epischer Sieg ist da? Oder diese Runde. Was denn? Diese Runde. Es ist epischer Sieg da meinst du? Ja. Alles klar, Leute. Habt ihr gehört? Epischer Sieg ist da. Komm, komm. Wir machen darauf eine Wette. Was sagst du, wenn wir beide zu zweit gegen den Rest jetzt gewinnen? Epischen Sieg. Ich bin doch tot. Ohne dich. Nur wir beide. Wir müssen das jetzt schaffen. Eine Wette machen wir. Ja. Du willst wirklich eine Wette machen? Ja. Alles klar. Alles klar. Ich wette, wenn ihr verliert, also wenn ihr es nicht schafft, darauf. Du machst ein Video über mich, das nächste Video. Mit Anonymous-Maske. Und was, wenn ich gewinne? Such dir was aus. Ich hab mir was ausgesucht. Such dir was aus. Oder wenn wir gewinnen. Ja. Erzähl. Dann 50 Euro Playstation für V-Bucks auf deinen Lacken. 50 Euro. Ja, Wanda. Hau am okay. Nehm ich an. Wanda nehm ich an. Wanda nehm ich an. Wanda nehmst du an? Habt ihr gehört, Leute? Wenn die gewinnen. Wanda nehm ich an. Ich geb Jam 50 Euro. 100%ig über Paypal. Überweise ich ihnen 50 Euro auf meinen Nacken. Das mach ich weg nicht. Ich schwöre ich mach das weg. Und du machst ein Video mit Anonymous-Maske. Und du machst ein Video mit Anonymous-Maske. Und du machst ein Video mit Anonymous-Maske. Das hab ich gesagt. Ach über dich? Ja. Mit Maske. Anonymous-Maske. Ich ruf meinen Cousin an. Ich ruf meinen Cousin an. 25 Euro will er haben. Merz. Wir müssen die Runde gewinnen. Tamam. Ich hab... Warte. Ich geb dir die Hälfte. Guck mal jetzt werden die... Ich hab von allen die Hälfte gegeben. Jetzt werden die immer campen. Jetzt werden die immer campen. Bis nur noch zwei Leute da sind. Verpisst euch. Ey das ist eigentlich das gute Idee. Lass mal campen. Verpisst dich Lass. Der muss mir Puppi geben. Wallah radikal. Worum hab ich mich eingelassen? Alter Schwede. Das sind nicht mehr viele. 18 Leute noch. Leute ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall. Schreib mal in den Kommentaren rein. Was meint ihr wer gewinnt? Entweder Cem oder ich. Was meint ihr wer gewinnt? Dann bau dich mal da drüber. Bau dich mal da drüber. Ich bau dich mal da drüber. Trink nix. Trink nix Bruder. Trink nix. Trink nix. Bruder. Bruder wir haben schon... Wir haben keinen Amazon mehr. Ich darf trink nix. Da singe ich. Ich weiß nicht wo wir hin. Wir sind genau zentral. Amel 64 schreib. Sag mal. GMTV. Das Wettessen mit Fat Comedy war so witzig. Da ist ein Gegner. Hoffentlich killt ihr euch. Hoffentlich. Komm. Killt ihr euch. Kill den. Kill. Kill Gem. Ah sickt ihr. Mach pende nico. 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 Danke schön, danke schön an denjenigen, der ihn gekillt hat. Ich liebe dich, danke schön. Hätte ich mal auch um Geld gesetzt, Lanz. Ey, bist du noch da? Ich liebe dich, ich liebe dich.